Liebe T-Online-User, heute geht es in Koschaks Klimakosmos um das Thema Fußball-Weltmeisterschaft und Greenwashing. Wissen Sie eigentlich genau, was Greenwashing bedeutet? Wenn eine Firma dafür wirbt, besonders nachhaltig, besonders ökologisch zu sein, und wenn man dann ein bisschen recherchiert, bekommt man heraus, so richtig viel CO2 spart die Firma eigentlich gar nicht ein. Eigentlich ist sie gar nicht so nachhaltig, wie sie sich ausgibt. Genau das ist jetzt auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft passiert, denn die FIFA wirbt damit, dass diese WM die erste Klimaneutrale ist. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer bohrt, bekommt man heraus, dem ist eigentlich gar nicht so. So, schon die Vorstellung, diese WM findet in der Wüste statt, in einer Region, wo extrem viel Energie aufgewendet werden muss, um überhaupt Wasser hinzuschaffen. Wir sind in der Wüste. Und um zu kühlen, denn hier ist es sehr, sehr heiß. Wie passt das zusammen? Katar ist eines der Länder, wo pro Einwohner die meisten CO2-Emissionen in die Atmosphäre gelangen, weil es hier halt nicht besonders einfach ist und besonders energiefreundlich ist, zu leben durch die hohen Temperaturen und das wenige Wasser. Wenn hier jetzt Fußballstadien gebaut werden, kostet das natürlich jede Menge Energie, weil die ja auch viel Klimaanlagen brauchen. Zudem wissen alle, dass es zu wenig Unterkünfte in Katar gibt. Das heißt, Fans sind in anderen Ländern untergebracht und werden mit Pendelflügen zu den Fußballspielen gebracht. Wie nachhaltig ist das eigentlich? Jetzt wirbt Katar dafür, dass sie zum Beispiel extrem viele Pflanzen eingepflanzt haben und die mit Meereswasserentsalzungsanlagen bewässert werden. Das ist doch extrem nachhaltig, da ist viel passiert. Das ist richtig gut, aber auch diese Meereswasserentsalzungsanlagen kosten natürlich jede Menge Energie, um hier überhaupt erst mal Süßwasser zu produzieren. Außerdem sprechen sie davon, sie haben kurze Transportwege. Manche Stadien kann man woanders wieder aufbauen. Das hört sich erst mal alles ganz gut an, aber wirklich energiesparend war das Ganze nicht. Jetzt hat Katar gesagt, wir haben eine Organisation gegründet, die Projekte auf der Welt unterstützt, die sehr klimafreundlich sind, um quasi die Meerenergie, die wir hier bei der WM verbraucht haben, woanders auszugleichen. Nur so funktioniert ja Klimaneutralität. Eine theoretisch gute Idee, aber wenn man ein bisschen recherchiert, bekommt man heraus, dass Mitglieder, die in dieser Organisation in Katar sitzen, auch zum Beispiel im Vorstand von einem Windkraftanlagenprojekt in Serbien sitzen. Das heißt, da sind die gleichen Menschen. Hier wird einfach Geld von A nach B hin und her geschoben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man klimaneutral ist, sondern hier geht es wieder mal nur um Geld, um Lobbyismus. Das Windkraftwerk in Serbien wäre auch ohne WM gestartet worden. Das heißt, auch das hat nicht wirklich viel miteinander zu tun. Jeder weiß, im Fußball steckte jede Menge Geld und diese Fußball-WM hier ist die teuerste, die es bisher gab. Spulen wir mal eine Woche zurück. Da war die COP27, die Weltklimakonferenz, wo sich Menschen zwei Wochen zusammengesetzt haben auf der ganzen Welt und gemerkt haben, die Klimakrise ist das größte Problem, was wir haben. Es ist ungerecht. Menschenrechte sind jetzt auch ein Thema bei der Fußball-WM. Und wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Geld, um Klimaanpassung, Klimaschutz zu betreiben. Und eigentlich ist dieses Geld nicht da. Im Fußball steckt viel Geld. Hier hätte man Vorbildfunktion sein können und sagen können, wir haben viel Geld, aber wir nutzen das wirklich für klimafreundlich, klimaneutrale Sachen. Eine Großveranstaltung ist eine gute Aktion, global auf dieses Thema hinzuweisen. Wir sind hier im Sport, wir kämpfen. Hier hätte man viel zeigen können, aber ehrlich gesagt, genau das Gegenteil ist passiert. Und das ist sehr, sehr schade.